Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 25.06.2019 um 6.04 Uhr. Es ist schon merklich warm, wobei in der Nacht sind es glaube ich auf 20 Grad runtergegangen. Aber wie man mein Gesicht vielleicht ansehen kann, bin ich schon ein bisschen klebrig. Was aber auch daran liegt, dass ich mich gerade mit Hautcreme eingecremt habe. Weil rasiert vorher und muss gleich nochmal gucken, ob auch alles soweit in Ordnung ist. Heute wären es 33 Grad in Berlin und ich bin gespannt, wie das so wird. Morgen wären es 37, 38 Grad in Berlin, da bin ich auf nichts mehr gespannt. Da hoffe ich nur, dass ich heil zu Hause ankomme, ohne Hitzeschlag oder so. Kicken wir mal. Gestern habe ich nicht gestreamt, ich war irgendwie zu faul und zu platt und zu müde. Und dann habe ich gesagt, ey Benni, mach du mal einen Stream an. Und der hat jetzt die nächsten zwei Tage noch frei. Das kommt ihm glaube ich ganz gelegen. Und wir haben gestern ein bisschen Fallout 76 gespielt. Weiter gespielt an der Pfadfinder-Quest-Reihe, wobei die sich schon so ein bisschen schwieriger gestaltet, die Abzeichen zu kriegen. Wir brauchen ja drei Abzeichen, um die Pfadfinder-Quest dann zu beenden. Wir haben gestern an einem Medizinabzeichen gearbeitet, aber dann festgestellt, shit, wir brauchen ja noch drei Stufen das und eine Stufe das. Und das heißt vier Level. Und dann musst du auch noch die richtigen Karten kriegen. Das heißt, bei mir wird das vor Level 39 nichts. Das heißt, ich muss jetzt andere Pfadfinder-Abzeichen erstmal sammeln, die einfacher zu kriegen sind, wie zum Beispiel Armbrust-Kills und was weiß ich alles noch. Ja, das kann ein bisschen dauern, aber wir schauen mal. Heute werden wir wahrscheinlich auch wieder was spielen. Ich schätze mal zusammen ein bisschen over-cooked. Wir haben ja am Samstagabend zusammengespielt bis Level 3.1. Das heißt, heute geht es bei 3.2 weiter und ich bin echt gespannt, wie wir uns heute schlagen. Am Anfang war es ja super einfach. Zwischenzeitlich war es immer ein bisschen schwierig, aber wir haben es eigentlich bisher immer auf drei Sterne gemeistert bekommen. Und ich glaube, so geht es dann heute auch weiter. Ja, gucken wir mal wann. Ich weiß nicht, so 17, 18 Uhr in dem Dreh wird es wahrscheinlich werden und dann zwei, drei Stunden over-cooked. Zwei mit dem Benni auf Bennis Kanal. Ja, vielleicht streamt er auch heute tagsüber für uns ein bisschen Cooking Simulator, aber ich glaube, er wird heute wahrscheinlich eher ein bisschen was für die Doktorarbeit machen. Schätze ich mal zumindest, ich weiß es nicht. Ich bin heute wieder bis 16 Uhr im Büro. 6.07 Uhr haben wir es jetzt, das heißt, 36 Uhr schaffe ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was der Tag heute so mit sich bringt. Ja. Na dann, würde ich sagen, habt noch einen schönen Dienstag, kommt gut durch den Tag und ertragt die Hitze einigermaßen gut. Ich habe heute extra ein T-Shirt angezogen, Pinguine, die in den Kühlschrank gehen. Ich werde heute den Lüfter den ganzen Tag laufen lassen im Büro und hoffen, dass es sich nicht zu sehr aufheizt. Wobei, heute sind wir wieder fünf Personen, gestern waren wir nur drei. Das macht sich schon bemerkbar, dass drei Leute weniger stark heizen als fünf. Aber das wird schon mehr. Na gut. Also dann, bis demnächst, habt einen schönen Dienstag und ansonsten dann bis morgen im nächsten täglichen Vlog um, keine Ahnung, 6 Uhr wieder am Mittwoch, dem 26.06. Also, bis dann, tschüss.